Ja, moin. Ein, zwei Worte von mir zu dieser Hülle hier. Ich kann tatsächlich noch gar nicht so viel sagen. Mein Telefon ist noch nicht da. Es kommt jetzt übermorgen. Ich bin auch schon ganz aufgeregt und freue mich darauf. Und natürlich wollte ich dementsprechend auch schon mal eine Hülle haben. Ich habe mich hier für dieses Modell entschieden. Weil ich es ganz schön fand, dass es diese leicht matte transparente Optik hat. Das hat mir das ganz gut angetan. Außer die Aussparung ist mittlerweile relativ typisch. Tatsächlich aber auch als Schutz für die Kamera und die Linsen. Und soweit macht das Ganze hier einen relativ soliden Eindruck. Es ist echt stabil. Und im Endeffekt, was hier noch vielleicht den ein oder anderen interessant sein könnte, ist, wir können diese Knöpfe hier austauschen. Ich werde sie schwarz lassen, weil es nicht mein Style ist oder Stil hier. Aber wir haben alternativ auch rot oder so neongelb Knöpfe, die wir da einsetzen können und das austauschen und individualisieren können. Ich werde das so lassen. Und ich werde dann nochmal ein Update geben, wenn mein Telefon da ist. Wie das Ganze dann sich verhält. Ob das soweit so ist, wie ich mir das vorstelle. Und ja, soweit erstmal top. Und es gibt dann hoffentlich in einer Zukunft ein Update. Wenn sich irgendwas an meiner Erwartung jetzt noch ändern sollte. Oder etwas besonders heraussticht, unerwartetes. Wenn alles so bleibt, wie es ist. Wie ich jetzt schon sage, dass das alles solide ist und passt. Dann werde ich das Ganze einfach so lassen und ja. Mal schauen Sie, wenn es weitergeht, was ihr immer wieder zu bettet haben. Dann würden wir das mal wiedersehen. Wir kommen. Und wir machen die oder ich mal wieder.